Hey yo, you goddamn good looking people out there, nice to meet you. Go get some ice cold drink and enjoy Crownies new Counter-Strike Video. Don't forget to leave a like. Thanks a lot. Yo, wunderschönen Gutenberg, euer Mann, ich bin Poli Spritzer, Crownies hier am Start. Und yo, Männer, wir sind zurück auf CSQ Witch, einer meiner Lieblingsseiten aktuell, weil hier gibt es mal keine Roulette, absolut leckere Nova, Wheel, Crash, Crash ist auch kacke, das könnten sie auch rausnehmen, Mindsweeper lecker, Blackjack lecker, Team and Dice auch unnötig. Aber es gibt auf jeden Fall drei Sachen, die absolut geil sind, die feiere ich über alles. Und yo, den Beiriks und den Tsunami haben wir hier mit dabei. Was gedoppelt. Was gedoppelt. Ich würde sagen, wir fangen hier auch direkt mal geschmeidig an mit 10 Dollar. Tsunami macht den Call. Oh, lol, wie das hier alles rum? Lol, Alter, bewegt sich alle alles. Geh, alles, komplett abbewegen. Tsunami, dein Call? Auf Purple. Auf Purple, das hat sich sicher angehört. Da machen wir 20 Dollar draus, 20 Dollar sind wir drauf. Oha. Ja, aber wir werden heute ein bisschen cleverer gambeln. All in. Deswegen, nein. Wir wollen uns heute was geiles auszahlen, Alter. Komm, bitte. Wo war denn Purple? Okay, von zwei Rolls, Alter, wird es jetzt noch? Nein, scheiße, eins vorbei. Fuck, 20 Dollar sind wir schon weg. Die würde ich natürlich gerne wieder zurückgewinnen. Komm, machen wir hier auch mal 20. Ey, wie sich hier alles bewegt, einfach voll witzig. Komm, auf 5. Ähm, Birx, komm, hol wieder raus, was der Tsunami verloren hat. Oh, haben wir. Oh, haben wir. Nice. Haben wir. Haben wir. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ey, sicher noch eins. Mach. Oh, nein, Alter. Nein, nein, nein. Na, oder? Ey, bist du behinder, Birx? Drück nach oben. Willst du, wenn du... Boah, wir haben es. Wir haben es. Ui, ui, ui. Ui, 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 bin da. Loll. Kommt ihr erst mal so ein Comic-Ding? Ja, Alter, Birx, du bist ja geisteskranker. Fuck, ey. Hey, ich hab Wallhack, ich kann die Bombe. Ja, ja, ja. Da bin ich ja auch der Meinung. Ich mach mir eine Runde. Alter, ja. Ey, Alter, da hab ich mir jetzt eigentlich fast nicht getraut. Ich hab gedacht, ja gut, fürs Video, da hätte ich den Birx blaben können, wenn es nichts wird. Aber war natürlich absolut lecker. Oh, ich hab ein 5. Hm, bleiben wir stehen? Natürlich nicht. Okay, jetzt müssen wir stehen bleiben, leider. Wer hat eine... Oh, der hat eine 21, ey. Fuck, fuck, fuck. Tsunami ist wieder dran, dass sie gerne was raussuchen von da oben. Ähm, auch Blackjack, bitte. Okay. Oh, fuck, machen wir 30 Dollar. Komm, der Tsunami, der ist es jetzt. Wurscht. Ja, gut. Ja, Stand. Ja, eigentlich müssen wir echt... Entweder ist das jetzt unentschieden oder der ist busted. Außer der kriegt halt... Ja, gut, könnte auch... Ja, komm. Ja, okay, unentschieden. Komm, darfst du nochmal, würde ich sagen. Oh, fuck. Oh, jetzt muss man hitten eigentlich, oder? Naja, nee, ist eigentlich so oder so beschissen eigentlich, ja? Ja, hitten. Nein, passt. 30 Dollar, also Tsunami ist heute eine völlige Nummer. Komm, Birik, du musst jetzt wieder rausholen. Ja, dann gehen wir mal auf Dice, oder? Auf T-Bin, Dice, echt? Äh, auf... Ne, was war das gerade nochmal? Meins, wie war er zu? Ah, ja, ja, das... Das meine ich... Oh, war er jetzt... Oh, Gott, jetzt gehen wir... Keine 30, 20 reichen. 20 reichen, dir sagst du, okay. Oh, Jemini. Oh, oh. Ah, 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 ah. Ah, es ist gepusht, alter. Scheiße. Gut, dass du nur 20 warst. Ja, gut, das heißt nur 20. Fuck, 20. Ja, tatsächlich besser als 30. Oh, Gott, komm. Oh, oh, Mann, ich will doch jetzt mal richtig, richtig eskalieren hier. Fuck, komm. Wir sind schon 100 Dollar down, wir müssen unbedingt woanders hin. Hier brennt die Kohle einfach zu schnell. Tsunami, welche Farbe? Komm, probieren wir das hier mal. Hier brennt die Kohle nicht so schnell. Ähm, Bärbel. Schon wieder? Dann kam es aber, ey ey ey. Irgendwann muss er ja mal treffen, der Tsunami. Ja. Irgendwann muss er ja mal treffen. Oweia, scheiße, wir sind schon 100 Dollar down, Mates. Das ist natürlich nicht gut. Wir wollten uns hier was leckeres auszahlen und Plus machen und nicht Minus machen. Ja, der Tsunami ist nicht so der Treffer. Ja, aber, ja, hm. Ich bin jetzt leider auch noch nicht, ja? Und schon wieder. Nein. Scheiße. Ah, was machen wir? Was ist hier bei Crash los? Ja gut, da ist jetzt auch schon wieder. Hey, es gibt's nicht, komm. Wir machen jetzt mal Auto casual auf 10, Alter. Das hab ich noch nie geschafft auf 10 zu gehen. Ich muss meine... Loil. Was? Ey, heute läuft's einfach nicht. Einfach weg. Es läuft heute einfach nicht. Scheiße. 24 Dollar auf die 2. Komm, komm. Und das ist die 3. Ey, weißt du, was ich grad sagen wollte? Die 3 ist es aber. Ja, ja, ja. Ey, es sind schon 150 Dollar. Eigentlich wollte ich heute echt mal Plus. Aber was soll ich machen, Mates? Wir wollten heute mal ein bisschen schlauer gamblen, sag ich mal. Okay. Jetzt kam wieder Purple, oder was? Nein. Ne, ne. Achso, von da. Ich sag, du gehst jetzt 40 Dollar da drauf. Verdoppelungstaktik. 40 Dollar auf Purple. Ja, Verdoppelungstaktik. Ja, Taktik ist immer GG. Komm, wir müssen jetzt einmal treffen, echt. Ja, das trifft jetzt. Safe. Wir müssen, ja. Eigentlich wollte ich heute echt mal schlauer gamblen, aber was soll ich machen? Wir verlieren ja nur. Wir sind ja heute komplett nur am, also richtig sprachlos. Wir gehen nochmal 10. Crash direkt bei 0,00. Komm, bitte. 40. Das wären 200 Dollar. Ey, schon wieder nicht. Ey, was gibt es da noch weiter? Was ist das? Es gibt es nicht. Mal 5. Fuck. Ey, es muss jetzt auch mal wieder Purple kommen. Guck mal. Ja, das war nur einmal die ganze Zeit. Komm, bitte, ey. Es muss jetzt einmal kommen. Wir können noch dreimal drauf. Es muss ja jetzt mal was passieren. Ich will nicht einfach 300 Dollar verloren haben. Das ist scheiße. Und Mates, das Invent... Komm jetzt erstmal. Komm, komm, komm. Ey. Nein. Es kann nicht wahr sein. Was ist da heute los? Was ich sagen wollte, das Inventory-Video kommt morgen. Da will ich mir nämlich ein bisschen mehr Mühe geben, beziehungsweise viel Mühe geben und das richtig cool gestalten. Deswegen werde ich da heute Nacht auf jeden Fall noch ein paar Stunden dranhocken, das zu machen. Deswegen ist es heute nicht gekommen. Kommt aber auf jeden Fall morgen. Und jetzt bitte. Ey, wir haben noch 37 Dollar danach. Komm jetzt. Ey, es kann nicht wahr sein, Alter. Aber was ist das? Wir sind hier 300 Dollar. Ja, ist witzig, ja. Wenn es jetzt nichts ist, dann sind wir komplett down, ja. Warum jetzt? Purple, Alter. Ich muss jetzt mal kommen. Ey, natürlich. Wir sind 300 Dollar. Einfach weg. Einfach weg. Es kann nicht wahr sein. Oh, scheiße, Alter. Wir haben so viele Runden gemacht. Ey, schon wieder nicht, Alter. Das ist wieder weg. Wir sind einfach komplett broke gegangen, Mates. Hier, Mindsweeper nur einmal hat der Brixx gewonnen und das war's, oder? Oh, ja. Einmal gewonnen, ansonsten nur broke gegangen. Oh, beschissen. Na gut, Mates. Mitleidsdaumen, bitte. Wäre nice. Und, ja. Gut. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.